Messen und analysieren für ein perfektes Training. Damit haben wir gestartet. Unser erster Partner war dann FirstBeat mit einer Drei-Tages-Messung. Das ist eine wunderbare Messung. Sie spiegelt dem Patienten wieder, wie belastet bin ich im Berufsalltag, in meiner Freizeit, wie gut kann ich mich regenerieren, wie ist mein Schlaf, ist er erholsam, bin ich überhaupt regenerationsfähig. Es ist ein wunderbares Tool, um dem Patienten zu zeigen, wo stehe ich gerade. Wir waren sehr begeistert von FirstBeat und der Drei-Tages-Messung. Wir wollten es in die tägliche Praxis integrieren. Wir haben etwas gesucht, eine Kurzzeitmessung, die wir wirklich bei jedem Patienten schnell und unkompliziert durchführen können. BioSign war unser nächster Partner. Eine HRV-Kurzzeitmessung, um dem Patienten schnell zu zeigen, wo er steht und wo seine Regenerationsfähigkeit ist. BioSign bietet den Q an. Das ist ein Atemtraining-Gerät, das sehr gut im Alltag eingesetzt werden kann. Der Patient erlernt dadurch tiefe Atmung, was ihm einfach hilft, besser zu entspannen, besser in seinen parasympathischen Bereich zu kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017